Ich zeige euch in dem Video jetzt unseren Sohn. Ich habe ihn dafür gezeichnet, wo er ungefähr 11 Monate alt ist. Und jetzt fange ich gleich mit seinem Gesicht an, aber das mache ich immer als letztes, weil ich finde, das ist irgendwie das Schwerste von allem. Und dann habe ich angefangen, die Augen zu malen, die Nase und er hat eine ganz süße Stupsnase, einen kleinen Mund und richtig schöne, lange Wimpern. Dann habe ich noch die kleinen Details gezeichnet und so sieht Mucki zurzeit aus.